Hallo zusammen, mein Name ist Leonard, ich bin 18 und mache die Lehre als Zeta-Ans-Fachmann bei der Hostel der Autotechnik AG. Also, warum ich mich für die Lehre entschieden habe, ist, weil ich immer schon sehr grosse Interesse an der Automobilbranche hatte und am Fortschritt der Autotechnik. So war mir schon recht klar, was ich eigentlich werden will. Zudem bin ich eine sehr offene Persönlichkeit und habe auch gerne Kundenkontakte. Was mir sehr an die Lehre gefällt, ist, dass mir sehr viele Menschen kennenlernen. Es ist eine sehr vielseitige Arbeit dazu und das Team ist perfekt. Zu meiner täglichen Arbeitsroutine gehört, dass ich Kunden über Autoteile berate und Autoteile verkaufe. Zudem rüste ich auch für Bestellungen, die Kunden bei uns gemacht haben. Aussergewöhnliche Arbeit, die ich schon machen konnte, ist die Mitgestaltung der Instagram-Accounts oder an der Cebi 221, wo wir einen Stand hatten. Dort durfte ich sehr viel über unseren Beruf erzählen. Wieso ich mich entschieden an, die Lehre bei der Horstädter Autotechnik anzufangen, ist, weil das Vorstellungsgespräch sehr gut gelaufen ist und das Team einfach sehr gepasst hat. Bis zum nächsten Mal.